Musik 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 Ich glaube das dein Anfangs, der Tappi die A-Tocke hast du gesetzt. Ach so, oh! Okay, dann gucke ich vielleicht nochmal drauf. Aber vielleicht kannst du selber noch umproven. Ich denke, das werden wir auch. Ich hätte gerne das Leben eingeben, aber egal. Oh, scheiße. Hier kommt ein besonders wieser Mozart, wenn seine Lebensanzeige Gold ist. Ja, das ist wie bei Hexit die Realm, auf dem auch Gold. Oh, ich hab einfach ein Dolch. Ich hab einfach ein Dolch eingeben. Warte kurz. Ich muss kurz gucken. Oh, was hab ich hier alles schon? Alter, ein Beschützer. Die könnte ich mir ja schon ausrüsten. Nice. Oh, das ist wirklich nett. So, ein einfacher Dolch. Ach hier, 8,3. Besserer Dolch. Soll ich die nochmal in der Alten gegeben? Jo, mach das mal. Jo, jo, warte. Das kannst du auch. Aber das kann man auch direkt im Menü ausgehen. Jo, das ist auf jeden Fall etwas besser. Nice. Das find ich eigentlich auch ganz gut. Oh, ich hab Mönchschuhe jetzt. Komm. Sehr gut. Dass man so die Sachen mit den Mitspielern schärfen kann. Jo. Das ist einfach richtig gut. Ich hab auf jeden Fall noch eine abgenutzte, was war das? Abgenutzte Schiene. Schlafring, okay. Ja, das ist halt das, was der Mönch von Anfang an hat, ne? Ja, und wir sind noch beide mit Nacht im Oberkörper. Ja, das kommt alles mal, Alter. Wird alles noch kommen. In welche Richtung? Ja, dann riskieren wir mal einen Blick auf die Karte. Jo, also ich... Also da müssen wir hin. Ja, dann würde ich sagen einfach hier weiter, ne? Ja, das andere werden wir dann später abgrasen. Jo. Aber erstmal so, um schon ein bisschen die Story zu hören. Also, ja, da gehen wir die Story. Ja. Um das Geschehen voranzutreiben, so. Ja, ist doch so ein ganz cooles Projekt. Ja, und nur so zur Info, also heute ist der 22. Das heißt, zwei Tage ist Weihnachten. Das heißt, wenn ihr diesen Teil seht, dann wünsche ich euch schon mal vor Weihnachten. Oder wann werdet ihr das wohl? Oh, ja, ich werde es auch... Morgen? Morgen, ja, okay. Dann kann ich euch vor Weihnachten wünschen, ja. Morgen ist erst der 23. Ja, guck, man kann auch schon vor Weihnachten. Weil am 24. wird vermutlich nichts kommen. Jo, dann wünsche ich euch das auch heute. Ja, also weil... Also ich kann euch schon mal sagen, also... Ich werde ab dem ersten, ersten ungefähr so, wieder anfangen mit Videos und wieder so... anfangen wieder richtig hochzuladen und... Okay, jetzt können wir theoretisch in die Hühle, aber würde ich noch nicht empfehlen, weil wir halt noch einige Punkte der Karte noch nicht abgegrast haben. Hier gucken wir mal, dass wir die Neues nicht geben. Darum erstmal die Map angucken und dann erst ins Dungeon gehen. So mache ich das auch, ne? Okay. Auch cool. Ein bisschen Gold. Kann mir schaden. Müssen wir noch ein paar... Okay, jetzt da noch nicht reingehen. Dann müssen wir aber... Äh, vorher das ist noch ein Wegpunkt. Ja, jetzt sind wir safe. Ja, offenbar... Da noch nicht rein. Dann... Ja, dann können wir eh noch nicht rein. Okay, aber... Brauchen wir das denn nicht leeren oder so? Oder hat einer der Schlüssel? Ne, wir müssen glaube ich mit dem Teleporter zurück nach Neutrist ran. Und dann die Lea, oder? Und dann hat sie den Schlüssel dafür. Ja, vielleicht begleitet sie uns doch. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, für die Wissen ist das glaube ich... Muss man das glaube ich sogar machen. Aber jetzt müssen wir uns eh gleich teleporten. Wird mir schon an, mit der dritte Karte. Übrigens kannst du das schnell anzustellen, wenn du einfach bei diesen Objekten rollst. Äh, weiß nicht, ob du das wusstest. Okay, ich habe mir schon alles angeguckt. Warte. Aber hier ist doch einige schwarz. Von daher... Ja, da können wir auch mal vorbeischauen. Sorry, ich habe Lust. Ich hoffe, man hört das nicht. So, also gehen wir da jetzt hin. Nichts macht. Ey, dann zieht gerade ein Ding ins Modus. Ein Virus. Ja, klar. Waren wir hier schon drin? Ja, da waren wir schon drin. Ja, da waren wir schon. Der klammer Keller. Nur zum schwarzen Rechten sollten wir halt gehen. Weil dann sehste und dann haben wir wieder den Gold. Oh, geil. Und eine Flamme da unten oder irgendwas bedrohliches. Warte, dann glaube ich hätten wir hier... Ja, den Weg noch, ne? Hier unten. Jo. Jo. Und danach können wir dann eigentlich auch... Der Tawan ist schon. Feuchter Keller. Also ich finde die Augen eigentlich ziemlich cooles Spiel. Jo. Mir macht es auf jeden Fall sehr sehr Spaß. Hier oben sind Gegner. Ja. Ja, macht den ja nicht. Kommt ja nicht weg hier oben. Ah, jetzt kann ich. So. Ich nehme aber, ich glaube, hier sind keine Gegner mehr oder? Ja. Toll, jetzt bin ich auch so aufs Screen geglitcht. Nein. So, jetzt haben wir hier eigentlich alles. Ja, dann gehen wir. Teleporten wir uns mal. Ja. Wie lange nehmen wir auf? Ungefähr? Ach, wir können auch ruhig 40 Minuten. Ja, ja. Das ist ganz ein Problem. Wir können das alles cutten. Ja, ich cutte das. Ich auch. Also wir haben auch den, wie lange wir auf und können auch bei mir eine Spunde aufnehmen. Keine Ahnung. Das war eigentlich relativ egal, ne? So an sich. Also ich finde es ein bisschen doof, dass es keine andere Story gibt, aber wir können auch so richtiges Special einfach mal Hardcore Mode einmal ausprobieren, so. Ja, und dafür musst du mindestens das Spiel einmal auf Normal durchgespielt haben. Okay, das heißt, das können wir machen, wenn wir irgendwann unsere, sozusagen diese Art, keine Ahnung, ich nehme es mal Together Show, zu Diablo 3 so weit vorangetrieben haben. Mhm. Das wir jetzt auf Normal, das wir jetzt auf Leicht versuchen, das Spiel zu beenden. Und dann. So, neuer Tristron, da müssen wir hin. Auf zu Lea. Wie ich sag. Ja, aber manchmal kann Lea auch müssen, obwohl, ne, die kann eigentlich, hier ist eigentlich schon sehr praktisch. Ah, hier vorne. Okay. Sehr gut. Der Quest erfüllt. Jetzt können wir mal gucken, hier beim Händler. Dann gucke ich mal, was ich mir alles hier verkaufen kann. Zum Beispiel die zweiteilig hier, oder verzauberte Handschuhe. Die muss ich mir direkt anlegen. Dann kann ich auch die hier verkaufen. Weil verzauberte Sachen sollte man immer mehr, also sind wertvoller als für die Normalen. Mach's gut. Ja. Bleib gesund. Ja. Ja. Verkaufen so. Das verkaufen wir. Sollen wir das auch alles verkaufen? Oh, ich hab einen guten Wursch. Der ist noch nicht entvertraut, aber der hat 21 Russi. Oh, das ist nice. Ja, nein. Das hat er gelegt. Ich hoffe, sie sind gerade klar. Ja, ja. Soll ich für den Klinikat. Was? So den Sechser, willst du den haben, oder hast du den? Oh, den würd ich gerne haben. Ich glaub ich stehe, warte. Wo ich noch kurz, die Schwert, oha, da kann ich auch was raushauen. Die Handschuhe will ich behalten, weil ich will das hier, können wir das mal sagen? Sammeln das mal ein. Oh, wo ist das? Ah, hier, okay. Oh, das haben wir schon direkt angelegt? Ja, sehr schön. Und ich fällig, warte. So, ich verkauf gerade noch ein paar Waffen, weil das Kurzschwert hier können wir verkaufen. Das ist dort durch die Amos, oder? Ja, das ist die. Weil das ist der Waffen, das ist wieder ein Bogen. Vlogschießteil. Schlechtes Nahkampfteil, der schlechtes Nahkampfteil. Die beiden Sachen kannst du auch vertickern, oder? Obwohl, wenn du einen halbwecken Lerder hast, dann... Ja, wenn ich besser wegleite, dann krieg ich keinen. Entschuldigung. Ist die hier? Nee, die steht auch draußen. Okay. Cain's Haus. Die war ich auch unten. Ja, doch, ich kenn das, aber hier gibt's nichts Besonderes. Weil erst, wenn Cain selber da ist, ist halt ein bisschen zu story halt am Anfang. Das haben wir nicht gesehen, weil das die allererste Sequenz, wenn das Spiel startet... Dann sehen wir halt, dass Cain halt verschluckt wird von in dieser Kathedrale. Ach so, ja. Genau. So, und jetzt hilft uns auch Ler. Ja, 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 ja. Aber Vichy kann ich auch wieder nach Hause, ne? Ja, nochmal weinen. Hör doch, wir können die hier ja nicht mitnehmen, denn das ist viel zu fernfügig hier. Weißt du ja, mit der Fallanschen Äste runter ist viel zu schlimm. Die ist eigentlich ganz gut, die ist Fan-Kämpferin. Ja, wir haben jetzt gar keinen Fan-Kämpferin in unserem Team hier. Das werden wir bei uns vielleicht noch einmal nochmal gucken. Also, wir haben bei dir jetzt meine Sonne.